Dorsey Square, erster Stock. Dorsey Square, erster Stock. Dorsey Square. Ja. Woher weißt du, wo ich bin? Hast du Kameras? Der Schichturm empfängt deine Position. Und du nicht immer so überrascht. Als ob ich nicht genau wüsste, wohin du gehst. Nicht mal ich weiß, wohin ich gehe. Dorsey Square ist die Straße runter an der Klippe. Mal sehen. Willst du etwa zum Kaffeekränzchen kommen? Du willst mir nur wieder deinen Zapfer anzeigen. Ein anderer Colt. Ich bin fertig mit dir. Übrigens erkennt jeder deine blöde Jacke wieder. Ich mag die Jacke. Kaffe des Tunnelsystems. Fristart, Abdamm. Hier ist alles über diese Tunnel verbunden. Hm. Hier komme ich auch raus. Was ist da unten? Oh. Ja. Ja, das werde ich mal als Testen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist jetzt so viel Input gerade. Schon ziemlich spät. Aber das wollte ich mir auch nicht noch angucken. Vor allen Dingen jetzt auf der PS5. Die ist gerade erst neu. Kann man hier überall reingehen? Okay. Nutze Blackwheel für dich. Was ist das? Oh. Nein. Hier bist du? Hä? Was ist das denn jetzt? Oh genau, ich hab's doch eben... Was hast du denn geknallt? Was ist das? Was haben die mit Klapp gesehen? Ja, hat ja nicht viel geklappt. Vielleicht bin ich schon fast tot. Na gut... Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Das stimmt wohl nicht. Na ja, bleib ich mal. Richtung Mission... Schleichen, schleichen... Ach, da oben ist die Lebensanzeige links, ne? Ach, da oben ist die Lebensanzeige links. Ach, da oben ist das denn hier. Ach, da oben ist das denn hier. Ach, da oben ist das denn hier. Ach so, ich muss das aber auch hier so ein bisschen sehen, ne? Was ist das denn hier so? Was ist das denn hier? Halle Mann! Ich kann die Leute auch sichtbar machen die Leute irgendwie... Ne? Polis? He? Ja, ja. Was ist das für crazy Musik hier man? Praktisch dass die verschwinden Erster Stock Mist, vielleicht gibt es einen anderen Weg rein Ja, muss ja wohl Genau wie damals in... Und? Pfff Scheiße Bin ich etwa völlig alleine hier oder was? Okay Ach jetzt überall Heidung, sehr gut Komm Moon auch Brauch ich nicht, ich hab keine Schrotflinte ne? Ein bisschen Action ist das auch interessanter Weil ich meine, das ist nur Schleichen und ich hab keine Lust drauf Mach mal so'n Ding hier Oh Habe ich von jedem... Oh Äh Äh Was hast du gegen Spaß? Stell besser mehr Oh Keine mehr mehr Scheiße Tür schließen Dach Arsch Äh Luft Die Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ja los. Ja, dann habe ich zwei davon, die sah aber irgendwie anders aus. Das ist doch die modifizierte hier. Ich sollte mir was reinballern. Ach so, hier, ne? Ich dachte, das Kabel hat was zu bedeuten. Aha, das ist doch. So, das habe ich jetzt ausgeschaltet. Hm, komme ich trotzdem nicht da rüber. Oder hat das die Türen deaktiviert? Wahrscheinlich, ne? Oh ja, doch nicht. Ach so, hier. Hm. Ach da, okay. Was ist hier? Ob das irgendeinen Sinn hat, weiß ich auch nicht. Aber erstmal das abchecken. Wieso gierig? Mugen kann man nie genug haben. Ja. Auf jeden Fall komme ich hier rein. Hier soll ich also wohnen. Bin ich so verklemmt? Looks so sweet. Wieso verklemmt? Äh. Geile Hütte. Ah. Nice. Oh. Übel. Nägel. Ich habe nur 12 Schuss, aber das bespare ich mir die mal auf. Wow. Hübsch. Gebt niemals auf. Lila. Mhm. Oder Leila. Gebt niemals auf. Hm. Niemals. Was heißt das? Ach du Scheiße. Nee. Ich hab keine Lust mehr alles zu lesen. Ich muss auch mal frisch an das Spiel rangehen. Das sollte jetzt erstmal so ein kleiner Einblick werden. Mann. Mit denen. Stimmt was nicht. Ja. Ich mach ständig Komplimente. Hm. Der Loop wird von einem Kontrollraum ausgesteuert. Das ist zu einfach. Hm. Viel zu einfach. Das werde ich jetzt eh alles nicht lösen können. Fenster. Kann man auch aufmachen. Also die Welt hier ist schon cool gestaltet. Ich weiß noch nicht wie groß die ist. Ob das und wann da immer das gleiche sein wird. Was ist das denn? Batterie? Wo brauche ich die denn? Achso. Einfach werfen. Den brauche ich jetzt nicht. Code habe ich noch nicht. Noch so ein Scheiß Code. Ja, habe ich nicht. Hm. Da du später noch reichlich Gelegenheiten haben wirst, nach Updump zurückzukehren, musst du nicht unbedingt jetzt schon jeden Winkel erkunden. Also komme ich dann immer wieder zu den gleichen Places. Okay. Zum Komplex muss ich jetzt. Nägel, sehr gut. Ja. Na. Yo. What the fuck. Was wollte ich jetzt genau? Kann doch auch. Hier was. Ja, okay. Ich wollte was ausrüsten. Wie ging das nochmal? Na ja. Guck ich mir auch später noch an. Gibt es hier Fallschaden auch? Oder? Ah ja. Das kann ich auch zerstören. Spiker. Spiker. Ich bleib mal bei dir. Was ist das? Was ist das? Äh. Dich wird niemand vermissen. Nicht ohne mich. Oh. Oh. Die sind nicht... Ey. Die sind nicht wirklich schwer, die Gegner muss ich sagen. Aber ich glaube ich bin noch ziemlich schnell bin ich und verliere ich Lebensenergie noch im Moment. Aber die Gegner sind jetzt nicht äußerst raffiniert. Hey. Hey. Hat der jetzt Fallschaden oder nicht? Muss ich auch mal ausrüsten. Nein, das geht jetzt nicht. Hallo? Oh. Oh. Na ja. Ah ja. Es bleibt noch groß gerät. Jetzt kriege ich es drauf. Na ja. Scheiße. Na ja. Wie gesagt. Jetzt erst mal ein Test. Also man ist doch ziemlich schnell im Arsch. Und die Mul ist dann auch weg, ne? Na ja. Ist schon heftig. Das habe ich da nicht ganz gut gecheckt, was das zu bedeuten hat. Ah. Sehr gut. Ja. Diese Tunnel durchziehen die gesamte Insel und sind damit mein Weg in den Komplex. Die Zeit schreit's dann voran. Ja. Nichts wie weg. Ja. Wieso? Ich so muss doch hier lang. Na ja. 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 Ich so muss... Ja. 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 Ja.